Weil sich das auch mehrere mal gewünscht haben, wie damals gegen Luma mal wieder so einen ganz längeren CW, der ungefähr eine Stunde geht. Ja, ist hier jetzt mal so ein CW. Ist eher anklart gelassen, weil das ist halt viele wollten mal so ein CW. So, hallo, Hütte. Okay, okay. Machst du die Sales noch mal kurz? Ja. Willst du mir die Picke geben? Ey, der Stick, man. Warte rein, Alter. Mach's. Du bist runter. Ich stay kurz oben. Bleib before. Bleib. de Es sind nur noch 9 Blöcke Warum es aufgeht Laufen, Laufen, Lanesweb Es vergebt nicht Nice Jungs Die Sleap Dad hat Eagle, das ist so cringe Oh Hey He is now down the hitter becoming, I am 7 kommen wir den hippel ich verstehe es nicht ich weiß ob es auch in den clans sind karkaschen was war für den clans ich kenn ihn gar nicht ist der clan von diesen letzten vision leuten wieso kann ich ja wegbauen lassen doch ich habe beide jetzt war der zeit war warmes fliegt als nur jung ist habe heute kommt alle sie hatten nichts zu machen ich hätte die ganze zeit lauren geben können Ich hab 60 Blöcke. Ja wieso nimmst du denn keine mit? Support mal, support mal, wenn er auf einem hat. Äh, Alex, Alex. Wenn auf einem hat. Soll ich auf deren Mondstick etwa bauen oder was? Das fällt halt von eurer Seite zum Spawner-One-Block. Dann geh runter, holen er jetzt hier. Ja, ich geh schnell rauf. Die haben zwar Schichten geschützt, aber... Ja, das ist egal, aber die haben so viele Schichten. Und unten können die jetzt auch bauen. Schade, warum? Ich geh schnell rauf. Versuch den TNT-Schutz. Watch out, the floor is lava! 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 Du! 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 er puste so wie viele sind dann weiß ich hab drei herzen ich hab ein paar blöcke in die c ich hab keine ihr könntet auch mobile machen dann mach du bogen ich bau zieh wie gesagt 2 3 mobile 2 r ich hab gleich kein bogen man kann vorne im nokschutz machen wenn der leine bei es ist können wir zu zweit noch vorne hin machen der bomber dass wir 106 springen er hat sich den bau wieder ran jetzt nicht jetzt soll er noch nicht ja jetzt ist jetzt ist dumm aber gleich was einfach zum bau machen gleich ja tu mal echt einer bau mit eisenpickel vorne aus eisenpickel ist in 3 sekunden drin ist doch drin das zeigt wann der leine ist dann lass beide von der ich sag's wenn es perfekt ist ok 106 springen ich sag's wenn es perfekt ist kannst du noch ein blöcke rein tun oder hast du noch welche ich hab auch 19 soll ich blöcke reinlegen dann spamm noch der in bau damit es aussieht als würde ich kein wm ja ja willst du wirklich den bogen und dann spammst du ein bisschen und machst dann ins den mlt jetzt wird euch das gewahr wieder nein 2 sind base gar nicht ja ich hab's grad übersehen toll wir könnten auch zum bogen weil der leine ist oder ja wir können beide aber ich weiß es wäre voll sick ihr hättet sich auch wieder einer wenn er alleine base hättet ihr ist als safe ja wir müssen halt beide schaffen was ist denn erste schlecht oder noch kurz rommelt ist der alleine ich weiß es nicht nein 2 base also mein bau hat nur noch 36 uses wir müssen gleich einen neuen ich weiß nicht was na rommelt pack mal gleich einen neuen rein eh 1sack ist einer ne ne ich weiß ich kann nicht spamm der erste sekunden weil jetzt was nochmal kann ich nicht spamm sorry jungs was dauernd hast du was ist der höchste block da beim bogen also das da über dem willst du den bogen kurz rein nehmen also der höchste block die höchsten 5 blöcke sind 153 sag dir noch komm op weg aus musst du auf ja ok bringt den nächsten blöcke kann auch noch auf 30 blöcke die höchsten blöcke musst du laufen eins der äh unter seinen allen achten was soll man denn auch willst du denn machen wer hat eine hip drin wenn aufbordern 12 gehen sofort sag mal wenn ich mich nicht sag mal wenn ich mich nicht dann naja maxi ich hab den bogen wieder rein dann bau dir vielleicht ich brauch essen in der ec bitte oder ich mach jetzt schafe ich mach jetzt schafe ich mach die schafe da rein warte blöcke essen und schafe bitte ja so blöcke schafe und was so blöcke schafe und was was but an was ARD Text im Auftrag von Funk 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 Ich komm wieder hoch. Wie viel hast du gerade gemacht? 5. 2 waren scheiße. 2 waren scheiße. Das passt. Ich mach mir mal sterben, ok? Ja, mach mal die ganze scharfe EC. Scharfe EC? Ne, ne, ne. 2 sind hier T-Schutz. Habt ihr gerade scharfe EC gesagt? Er ist zuwarnet, er ist zuwarnet. Soll ich scharfe rein? Ja, ja. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Fliegt nicht. Na, in der Sekunde kann man glaube ich nicht scharfe EC. Aber das war schon das zweite Mal. Wenn du jetzt wieder... Wenn du jetzt so gut spamst, dann passt... Ich kann... Das ist ja eine Tower, das ist das Problem. Jungs, die bauen gar nicht unten... Baut einmal unten ab und ich kann zu... Wir können zu... Driftrushen. Ja, die gerne mal. 1-Stack. Mal 5... Achso, 1-Stack. Muss ich gerade erstmal 1-Stack-Sacks geben. Höh? Ich hab ein Zweierschwert. Ich hab mir gar nicht mal einen Eintracht gemacht. Fällt mir gerade aus. Schau mal, das ist genau diese Tower im Weg. Da kann ich nicht spammen. Noch belasten, ich schaffe es nicht. Ich hab jetzt ein Altenfett. Ja, recht viel haben wir schon wegbekommen. Was ich brauch mal. Das ist so geil, Alter. Das ist so geil, Alter. Das ist so geil, Alter. Wir haben so scheiße viel Eisen. Wir haben schon 47 Eisen. Was? Da wälzt das Junge. Da wälzt das Junge. Geht man halt nicht. Jetzt, wenn da oben ist, geh einfach defensiv. Ich bin einfach einer der besten C wie ich spiele, wie ich spiele, Pascal. Schön, schön, schön. Ist da unten mehr, ne? Ja, eine, eine. Wir machen halt nichts spannendes, dass wir... Wir hätten halt schon voll viel machen können, theoretisch. Wir haben es am Anfang schlau ausgespielt, aber jetzt verlieren sie alles wieder. Naja, sag das nicht, die haben halt echt viel Staff noch so. Ja, vor allem der kann bei diesen Tower, schau mal, der baut es komplett sehr hoch. Ich leg mal noch mal Schafe rein, oder? Können wir gleich den Hit geben, der Wichser? Ich mach noch Schafe, fünf rein, okay? Hm, ich kann halt, da kann ich jetzt nix machen, so, ne? Weil wenn der Leine ist, kann ich beide erste Schichten... Musst du nicht reinmachen, kann gerade eh keiner machen. Schafe ist trotzdem schon. Sag mir, wenn einer in der Base ist. Ist nur einer Base. Ist nur einer? Anzeiten, ja. Die haben riesigen Anti-Mobile, Alex. Einer Jam runter. Der ist los, der ist los. Und zwei Jam runter. Na, der ist runter. Ahhhh. Ahhhh. Oh Mann. Ahhhh. Geile Leute, jetzt schau mir. Ahhhh. Ahhhh. Ist zu scharf und mir ist langweilig. Einschäbchen. Nicht einschlafen. Auf jeden. Amis, hast du noch nen Web? Ja. Das Problem ist, die Jumpten, die halt runter in den Dauer wollen. Ahhhh. Das war die Taktik. Hä, ja. Der Weg war dann blockiert. Habe ich mir genau überlegt. In der C sind 6. Ich kann glaube ich noch 2 machen. Ja, dann mach ich die. Mach ich einfach ne Bombe weg. Dann mach ich 2 Bombe weg. Ist das wie aus? Ja, jetzt hast du den Taktik weg. Ich bin nur sein Nebentick. Maxi wird das Spam, wenn die halt auskontern. Wurde ich jetzt nicht auskontern lassen. Aua. Aua. Wer ist da? Warte, musste ich um 7 nach oder um 10 nach aus? Fuck, ich hab's. Okay, entweder wäre ich jetzt nicht weggesprungen, den scharfen kann. Nein, nein, nein. Ich hab's später Leo gemacht. War halt wieder auskontern ein bisschen. Aber die war gut, trotzdem. Ich werde mal trotzdem genügend schicken sollen, alle. Wir haben jetzt noch 6,7 Schicken. Warte, zu deinem ersten Satz passt das hier. Oh, dafür gibt's nen Chatplan. Ey, der hat mich gespielt. Oha, guter Spiel. Die Konter hat immer diese Schafe aus. Wenn sie explodieren, kommen sie gut. Ja, die kommen gut. Ja, die kommen gut. Ja, das Problem ist, diese Wall, da wird ja nicht weggesprungen. Ich kann nicht gesperren, man, gar nichts. Ja, Alex, bauen wir ab. Ja, warte. Ich brauche irgendeinen Punkt, wo ich einmal schieße. Alex, warum schiefst du mich? Was? Auf 1stack. Auf 1stack. Alex. Also, ich würde sagen, wir gehen auf die Elm. Du wurdest vor 14 Tage aus dem Chat gewandt. Mute oben schwer, ein Todeswunsch. Sag ich doch. Sag ich doch. Sag ich doch. War cool. Sag ich doch genau wie bei mir. Hä? Ich... Manns. toandy. Ich kruche, ausschuiszt du mich. Na... Manns! Na... Manns! Manns! Ä bird, die ohne... Manns, Manns! 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 Wow! Haben wir drauf? Ja, ja. Let's Deck. Ich bin mal ab hier. Und uns, und uns. Lol, der Hit. Hab ihn. Der Hit war übel komisch, den er mir am Anfang gegeben hat. Wenn der hochkommt, probier ich trotzdem zu knocken, oder? Nein, ich erwarte. Jetzt kommt der zu zweit hoch. Nein, ich bin zu zweit hoch. Ich hol mit Chips. Geh hoch, geh weg. Äh. Habt in einen. Alter, das... Hast du auch, dass du die Schafe rauskommst, ne? Fuck, Alter, warte, ich muss... Wow. Kann den leider nicht töten, wenn er auskommt. Weil ich jetzt auch mal bin. Ich seh nicht. Aber der hat nicht ausgekantert. Mach die Walls, mein... Oha. Die Laufher waren ganz gut, oder? Ja. Nice. Aber Junge, jetzt ist mein Handy umgefallen wie... Oh. Nein. Junge, blieb die Walls, blieb die Walls. Bin grad bisschen low, warte. Der kommt wieder hoch. Der kommt wieder hoch. Der kommt wieder hoch. Der ist jetzt... Warte, ich sag dir, wann er eine Schicht hinter dir ist. Du kannst noch ein bisschen abformen. Ich sag dir, wann er hochkommt. Komplett low halb, oder? Der kommt jetzt. Was ist der Block da an der Seite? Willst... Willst du mir malen? Wo ich hier im Block da... Wo ich im Block da aufgetroppt hab? Der da? Äh, ich weiß es nicht. Ich muss dir wann das sagen. Weg. Jungs. Wahrscheinlich eines unter mir. 134 glaube ich. Ich weiß das aber nicht. Da kommen jetzt dann nochmal zwei. Die sind zwei beide. Was ist denn bei dir? Bei mir ist 135. Ja. 135 ist glaube ich laufen. Oder geht nicht. Bin mir sicher. Das war Blöcke. Für 20. Ja, ich hab 18. Da. Das danke. Ich bin halt so safe da unten. Das ist hart. Das ist ein Cancer. Aha. Dritt... Ich hab ne Light, aber ne. Das ist dann Light-Tamil Schien. Das... Das ist One-Hit. Ja, ja. Weil die anderen... Drei. Ich bin ja auch low. Also eigentlich. Jetzt erst mit den Druck. Naja. Das ist noch... Entschuld'n kurz. Wenn einer hochkommt, dann... Probieren wir zu knocken. Der hinter mir. Wenn der ein bisschen sich Sack hört, nicht den haben. Wir haben halt eigentlich alle jetzt... Na ahnung. Ich glaub, wenn wir da ist, müssen wir bleiben. Hinter euch. Jetzt geht drauf. Jetzt geht drauf. Habt ihr einen? Ich bin auf einer. Ich bin down. Mann. Das ist die Walda, genau. Ja, Alex noch wieder scharf, oder? Ich hab jetzt Safe Trust gemacht. Machst du ne Viererwelle? Ja, dann. Ich try's mal. Das ist ja ganz sick. Glaub mir, das würde Fick händen. Hat ja ganz gut Schafe. Nur gerade, die waren halt nicht so gut, weil die immer ausgenommen haben. Ja, ja. Mach einfach so ne Viererwelle. Das wäre richtig gut. Dann... Romy, wieviel haben wir? Tu's rein. Äh, fünf... Äh, sechs Schafe. Warte, sieben Zeich. Ja gut, dann warten wir aufs Achte. Also... Ich mach ja gar nicht die ganze Zeit los. Ja, dann mach zwei Wellen. Achtung, M. Wenn es unter dir... Wenn du... Weißt du, wenn du überlebst so'n bisschen, die abhälst, dass sie auskontern, dann... Bau dich einfach da. Bau dich einfach da. Ey, wir haben so viel Eisen. Wir haben nur die 32. Ich anne, kurz sechs Eisen. Ey, das war schon. Einfach überleben, ne? Ja. Mach dann die Schafe und dann... Schwach. Wird das schon. Wird denn die EC noch ne EC rein? EC? Ja, ganz schnell. Oh, du hängst verpalt. Kein Block, um mehr auf die Weck zu kommen. Ich brauch kein Block. Machst du dann scharf rein? Weil ich kann dir eventuell Blöcke runter droppen. Ja, der droppt. Jetzt kann ich ja wieder keine Schafe machen eigentlich. ... Ich���々. Ja, voll,*** Abonniert indict Mine. Ausdruck Und Hey, es ist halt so lächelig. Er spitzt komplett auf mich, hat ne Rot am T-Shirt, man kann nirgends nicht mit Schirm machen. Er spielt halt echt gut mit Rot. Hast du gesehen? Was ist mit dem Lasten? Wer ist das denn? Wie wollen wir das denn machen genau? Ja. Ja, ich würde halt einfach... Ich weiß nicht, oder wir warten so lange bis zur 50. Minute, dass ich dann selber auch noch mitgehe. Das heißt nur dann, Romy, du kannst dann schon mal zwei Schichten bauen, dass wir nicht uns in den Täler machen, wenn wir rum verlieren sollten. Das werden die nicht. Dann machen wir uns dann einfach drei ECs oder so, die werden nicht so schnell auf die Weg bauen in 60 Minuten. Aber wer weiß, ist sie nicht schlecht. Ja, pushen wir dann auch direkt hoch. Dann lass das echt machen, dann haben wir auch bestimmt 25 Schafe oder sowas. Dann sparen jetzt Schafe, ja. Und ich mag die ganzheitlichste Sponse. Ja, wir sparen jetzt alle Schafe. Dann würde ich aber sagen, dass sogar zwei Leute die die Schafe dann nehmen, also einer die Hälfte, der andere die Hälfte. Nein, einer für die C, oder? Ja, einer C halt. Ja, einer C, ja. Achso. Du meinst du? Ne, ich glaub nämlich zwei Leute müssen dürfen, weil einer wenn der, dann... Na, stimmt schon. Aber schau mal, wenn es 22 Schafe, die werden die nicht alle rauslaufen können. Schau mal, die haben noch Schatz. Eine Frage, äh, wenn wir jetzt schon mal 20 Schafe, eine Frage. Ist es normal, zwei Minuten, 40 und zwei Sticks Eisen hat? Ja. Immer. Wenn man nicht so... Ja, es ist schon viel, aber wenn man nicht so viel stirbt, dann ist das... Ja. Wir sterben, ich bin halt die Runde paar Mal für 5 Uhr, dass du gestorben. Ja eben. Ähm, ja ich bin gar nicht gestorben, weil ich glaube da auch nicht, und ihr zwei... Ja, da ist eh 10 Minuten in diesem Tower da. Ihr stackt euch halt die ganze... Also ihr könnt nicht dann das machen, aber das ist ja... das ist gut. Das ist effektiv. Ich traf. Oh Gott, das war behindert. Runden wieder einer, unten, einer bei C. Ja. Runden, frühe Kur. Hab ihn. Der andere ist auch noch unten. Runden. Junge, da klickert so... Da klick... Der klickert ja auch. Hab ihn. Ich muss hoch. Oh, zweimal! Oh, ich hab zwei mal in der Luft getroffen. Hört den Club, oder Modi? Äh, die könnten halt von unten Gavi werfen. Aber ich glaube 20... Na ja, es sind noch 17 Minuten, ne? Ich war grad provoziert. Ab zu provozieren. Bombo schnur uns drauf. Achtung. Ich bin halt nicht ganz cool. Ja, jetzt. Ich weiß. 22 Schafe. Ja, schön. Ja, ab jetzt wieder. Mach die beide mit sauber. Mach die beide mit sauber. Mach die beide 50, oder? Würde ich sagen. Wenn ihr bis Minute 50 wartet und dort immer noch seid, dann haben wir bestimmt 30 Schafe. Und einer. Ich will aber jetzt hier unten, Sven, weil ich hab bisschen Schiss, dass hier was machen. Ja, ja. Auf den drauf. Ich bin auch da. Ja, da gibt mir keiner. Hat mir keinen. Mir hat er zwei, drei Hits gegeben. Bin ich mal noch auf 10. Ich bin auf 5.5. Was war denn noch auf 10? Und uns kommen wieder einer. Ist der voll irgendwo? Ja, das hat neu gebargt. Warte, geh hoch, geh hoch. Kann man nicht. Ist alleine gerade. Ja, da bekomm ich Lowground. Ab ihn haben. Er hat doch zu den Kitz jetzt, Mann. Sind wir noch auf 7. Kannst du uns werden? Ich bin noch auf 8. Nee, kann nicht, ne. Ich seh den noch, ne? So. Dann wer ist Martin? Und da. Auch mit den Schafen, die wir haben können, ist wir den ganzen TNT-Schutz wegbekommen. Das bringt nichts. Ja, naja. Ja, aber das bringt auch nichts, ne? Naja, obwohl... Kann man einen mit Julian da unten? Wenn wir halt reinscheißen auf die ersten Schicht, dann ist das halt... Ja, ich speck den Typen. Na ja. Na ja. 2. Fully good, das weiß. Immer nicht drauf. Pick halt auch gleich keine Uses mehr. Na, man ist auch schon rot. Und ne? Sind wir 20 noch? Und ne denn? kommt der kommt der bohrt sich ein ne deiner ist auf dem oh gott der hat einen Eisenfeld ist er down hat er ab den anderen ab Stauber LP na der war auch wirklich kacke alter das war der Vollidiot gewesen ja das war der auch ne 5 ich auch spielst mal die kompletten Leitern also eigentlich 4 aber ok äh und Tim der kann mir stormen Jungs dann bringt's hier noch um ich bring mich auch um äh chest oder was der machen will ja alles gut chest ist das ja gib mal uns mittlerweile haben wir 2,5,6 Eisen 3,4,2 oh ja wenn ihr jetzt dann bei der down seid dann machen wir was habt ihr denn eigentlich aus gold wieso machen wir nicht einfach die schafe auf den chest hä Junge was ist lecker du lecker gesagt naja erstmal paar schafe auf die chest machen von denen ja die chest ist wir machen wenn wir 32 schafe in die base von denen machen dann geht das glaub ich automatisch mit auf die chest ah stimmt und es fällt auch nicht so auf wir können die nicht direkt auf die chest machen ja ja wir müssen einfach wir müssen nur drauf hoffen dass die halt hinten nicht runterlaufen wieso macht ihr nicht jetzt eigentlich 8 4er schafen 8 4er schafen ja dann hab ich kein T-T-Shirt zu mehr das bringt uns halt nicht viel ja und wenn Maxi sich auch in die base reinspringen diese 10 schafelset dann müsst ihr instant die anderen machen dass sie ähm mit den anderen nein er hat mich gerafft ich hasse mein Leben ja ich würd sogar so machen dass die anderen also dass wenn es erst die 20 schafe quasi platziert in seinem Ding und dann erst wenn die hochkommen wollen gehe ich runter und mach die 10 schafe dass die quasi in die base zurückrennen und dann nochmal Zeit für golden you know ja ok Alex ich guck dich äh dann nehm ich mir jetzt ne rot mit und ne zweierschwert nein nein dann würd ich gar nicht kann sie ja doch 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 mach mach du schon aber wenn wirs nicht bei der versackel und mach das keine Eisenpicken das bringt echt nichts ich wollte gerade eine machen äh Maxi Melian einer boss der Bobas ich weiß aber das ist jetzt egal ich weiß aber du hast kein Elm gesehen ich hab ne gute Idee wenn die die wollen kommen ja hinten immer raus dann nehme ich ein paar Webs mit und zudem 3, 2, 1, go! Mach mal um, mach mal um! Mach mal, mach! Hast du ne EP geworfen? Maxi! Über euch! Über euch! Maxi kümmerst du dich über die Leute, die hochkommen! Was ist denn über uns? Der ist in meinen Schafen drin, aber er kann mich nicht hin. Jetzt, er hat mich einmal getet. Ich bin down, ich bin down, ich bin down. Er ist in meinen Schafen drin, aber er kann mich nicht hitten. Zwei Leute sind in meinen Schafen drin. Oh, jetzt hat er mich einmal mit der Hand getet. Oh! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ey, wir haben zwei, wir haben drei Stacks Eisen! Was? Alter! Hä? Hä? Warum unverliegen? Hä? Die haben halt genauso wenig gemacht und genauso wenig gewissen. Schreib mal, wer hat drei Stacks Eisen, bitte. Es ist egal, es ist egal. Ey, lass uns das hier repel, mach mal anziehen, Alter. Das war einfach nicht. Jungen! Was? Inseln alle. Was? 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 Schön ichusal ich coś ver't jaką ... Warte. Wie? Wie immer? Vielen Dank.